Hier sind Holes. Die Tür ist auch schon wieder verpackt. Warum finden Sie jetzt hier schon wieder Fisch? Ey, ich weiß nicht viel bei dir. Ihr habt hier überall Fisch hingehängt, ne? Da fließen ja zwei Fische. Ich kann es denen nicht sagen. Warum denn nicht? Hier ist ein Limpchen. Ich glaube, lass mich mal mit. Sag mal, können die bei euch Schaden anrichten? Ne, ich hab mal was ausgeschaltet. Ausgeschaltet. So. Am Anfang war es echt. Wieso merkwürdig? Wegen Fisch, meinst du jetzt? So, brauchen wir mal ein bisschen. Oh, ich hab auf die Stelle gesorgt gerade. Das ist kacke, Alter. Kann die Maus nicht richtig anfassen, ist verdumm. Echt? Das ist natürlich echt scheiße. So eine dumme Stelle, ey. Ja, das ist eine richtig dumme Stelle, ja. Kenn ich. Hab ich auch schon mal was. Die Pflaster süffen durch, weil Donnerstagabend ist das passiert. Ja. Und ich dachte, die sind so schnell durch, ey. Hm. Nee, wir haben selber gemacht auf Flut. Haben eigentlich den Karten ausgemacht, trotzdem machen die alles kaputt. Okay. Das ist aber echt merkwürdig. Das stimmt. Das muss eigentlich nicht sein, weil bei uns können die nichts kaputt machen. Ne. Aber Fische glauben. Die scheiß Vögel. Was weiß ich, was der erst ist, ey. Ich probier's jetzt noch einmal mit so einer Vögel steucheln, ey. Die Schweine. Aber wo war die noch? Unter? Boah, Marmelade. Geil. Das ist ja nicht. Ich weiß nicht, war schade. Das ist überhaupt nicht. Ich hab's ja nicht. Ach, keine Ball in der Beste. Boah, das ist ja scheiße. Das ist echt doof. Hm. Äh, habt ihr auch schon zwölfer neu gestartet? Ja. Ja, hab's ja. Ach, so geht das. Oh. Oh, jetzt hab ich ein schönes Kreuz hier, geil. Ein paar Blueprints sehen uns ja noch, ne? Ja. Zwei Stück, glaub ich, oder so. Nee, ich hab drei oder vier waren es noch. Nee, aber... Nee, also wir haben da auch mittendrin abgeschaltet. Ne? An Anfang hatten wir auch mit Schaden, ne? Ja. Ja. Und dann beim Swipe oder so hatte, boah, wo ist das auch geschaltet? Was rutzelt denn hier? Was ist denn da? Da muss ich... Da muss ich... Ah, okay. Ja, das haben wir auch. Neulich haben wir gesossen. Echt merkwürdig. So, dann gucken wir hier mal einen rein. Ich kann jetzt die Vogelscheuche mal hier... an der Rückwand der Wand hin. Weil ich glaub von da aus rum nehmen. Ich bin da nicht schon sicher. Ich brauche jetzt mal zwei Vogelscheuche, ne? Äh... Los, Vogelscheuche, los! Helfen ist bei ihm mit Rolls, ne? Bei seinem Meister. Eine kleine Sexsklave. Ja. So... Nein, das ist ja kaum. Stöker. Hallo, wir haben Besuch. Schon wieder. Die sollen weggehen. Ich hab keine Zeit für die. Der Besuch ist aber sehr... ...freulich. Sehr viel Angst. Die heulen ja wegen ihren Leichen. Wenn man die Sachen stellt. Oh, hier. Das große Katana scheint sehr scharf zu sein. Ich hab erst die Beine, die Arme und den Schopf abgeladen. Was hast du denn gemacht, Alter? Hier sind nur noch Scherzschläge übrig. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ekelhaftigkeit, ey. Du bist ein böser Mensch, Frosty. Das ist aber voll geil. Da war's auch so. Hup, 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 hup. Da war's nicht mehr überall. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht. Achso, ich hab wohl die Sammeln. Mach ihr meine. Meine Figur fertig. Mein Mahnmal. Das bräuchte doch noch mal ein Läppensche. Ach, scheiße. Ich muss noch mal Schaschen spielen. Geh' ich besser. Nein. Ach Mensch, Calvin, ey. Du bist auch so eine Rudermuss. Komm mal runter vom Bäumchen. Calvin. Der fährt auf den Baum. Ich hack ihn. Ganz schlaues Kerlchen ist der Calvin. Er will den Baum hochsteißen und ich hack ihn von der Fuß ab. Beine ab. So, Lämre. Das war ja gemein. Ist ja noch fein aus. Mal gucken, wofür das andere da ist. Mal gucken, wofür das andere da ist. Ach. Das ist der standard, der ist nicht guter Power. Ach. Huch. Fass schon. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Was muss ich denn da wieder... Was ist das für ein Dreck? Oh Gott. Wer baut den? Kommst du mal her. Kommst du mal her Freundchen. Nicht weglaufen. Warum geht denn hier der Hobel schon wieder an? Weil da einer durchgelaufen ist. Aber der läuft halt weg von mir. Ich seh es. Und Feischling. Bleib doch mal hier! Oh Mann. Das hart. Warum geht das nicht Junge? Der hat Angst vor dir Frosty. Sagst du wie es ist? Verstehe ich nicht. Ich schon. Ich schon. Der hat auch Angst vor dir. Ja. Ich vor mir selber auch. Warum kann ich die Antenne hier nicht anschließen? Was soll denn das? Aber so. Ne? Meine Hand hat ja Aua gemacht. Deine Hand hat Aua gemacht, ja. Aber dann musst du erst mal den Flirschrank sehen. Dem habe ich es gezeigt. Ey. Ich habe vorhin schon gesagt eben. Weil ich sag zu meiner Frau schon seit über einem Jahr, dass wir die mal abkaufen müssen. Ja. Weil das so eine dicke Eichschicht und dann ist das manchmal nicht richtig zugegangen. Okay. Und dann hat mich meine Frau auch noch genervt zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte was rausholen. Und dann ging der nicht mehr zu. Und dann eskadiert sie es. Und naja. Der Kopf ist gebrochen. Und in meine Hand rein. Echt jetzt? Ja. Alter. Also wenn du noch ein paar Arme haben möchtest, sind die Arme und Beine rum. Gleich noch mehr. Wirst du mal ein paar aufzuheben? Ja. Achso. Ich kann alle auf. Ne, nicht alle. Ihr Kind allein kommt, oh komm, oh komm, oh all. Der kleine Hämorph, der macht euch all. Oh. Machst du überhaupt was? Ja. Könntest du was? Ähm. Mach einen goldenen Schädel, Knüppel. Man kann ja hier gar nicht so eine Arme machen. Hallo. Ja, ist das für eine kranke Scheiße hier. Oh, da kommt so ein dicker Fetter. Jawoll. Der Gulaschkahl. Hallo. Boah, du kleiner Dreck. Boah, du kleiner Dreck. Boah, du kleiner Dreck. Boah, du kleiner Dreck. Aber was hier mache ich, aus dir mache ich nen Muff. Komm. Ganzkörpermuff. Schlafstack. Hey, Pummi, Paul, hau. Da haben wir andere Häuser, da haben wir andere Häuser. Einer muss halt hier wo sein. Oh! Ich weiß nicht, ob der sogar schon tot ist. Hinter dir! Oh, Muschi Klaus! Muschi Klaus! Muschi Klaus ist auch da! Die sind wahrscheinlich im Endgame dabei, hm? Das war also im Arsch. Aua! Das ist halt hoch. Mit dem Arschlitter. Aua! Aua! Komm! Ob sie das nicht abgepasst, oder? Ob sie das nicht abgepasst, oder? Ich meine... Ich hab lange nicht mehr... Kein Spiel, deswegen spielen wir jetzt erst... Ah, ok. Muschi Klaus! Muschi Klaus! Muschi Klaus! Muschi Klaus! Muschi Klaus! Muschi Klaus ist doch bei dir zu Hause! Alter! Was soll das überhaupt nachstellen hier? Was denn? Das ist ja dich wieder! Sieht aus, als hätte er überall... Das ist eine ganz bierliche Öffnung! Das ist dein Arschloch! Hm... Ich hätte... Das hast du aus! Ja! Hä? Ich bin eins! Ich bin eins! Ich bin eins! Hm... So ein kann ich auch noch machen! Warte, ich hole raus! Lass mich rausholen! Warte, ich will ihn rausholen! Ja, hab ich! Hast du noch ein paar Arme für mich? Oh nein! Das Reh! Ja, ich hab... Ich hab das im Inventar... Warte, ich hab ja... Ja! Komm mal rein da jetzt! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Der alte Mann macht mir Angst! Arme und Beine... Wo haben die Arme? Ja! Ganz rechts! Nichts! So, ich aktiviere... Ich aktiviere... Ach, Krioten... Warte! Maul... Du musst das Gold reinmachen wahrscheinlich! Hab ich schon! Aber mein Sch... Mein Schab ist weg! So! Hä? Kannst du die Autos haben? Es geht los! Einen? Kommt ihr Heiden! Kommt zu uns! Dann treiben wir es ganz... Was? Hier liegt ein Heiköpfchen! Oh, Alter! Da haben wir angehandelt! Wui! Äh! Kannst du hier... Müssen wir noch einen bauen! Von den alten... Was ist noch her? Jawoll! Ja! 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 Das ist so eine kranke Scheiße, das Ding, ey! Komm! Komm! Komm doch... Lass ihn doch mal hier reinlaufen! Hey! Ja! Ja! Komm! Wo sind ja auch noch Stämmer? Wir haben ja eigentlich gemacht! Alter. Die Fallen sind so geil, ey. Wir haben doch nicht mal alle. Ih, da ist voll die Riesenhand. Äh, was soll denn? Ist voll Reude hier, voll ekelhaft. Kannst du mich mal ganz alleine lassen mit der Hand. Da haben wir auch welche angelaufen. Hauptsache Falle, zieh her. Wir aktivieren sie. Au. Au. He, he, he. Alter. Das Ding... Aktiviert das noch nicht immer wieder. Wie soll das aktivieren? Ich aktivier das nicht. Ich setz das zurück. Alter. Hey, da kommt kein Loppel-Heinz. Huuu. Hau. 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 Waut den auf der schau doch mal auf hier volle leichen hier aber wir sollten die falle mal andersrum aufstellen das steht falsch also dann der schmerzler ja genau und dann kann man sagen und hier ist ein aber immer wenn man aktiviert dann kommt so eine art worden ich habe keine ich habe gesagt wir müssen welche sammeln nein habe ich nicht kleiner dreckiger ja 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 befehl ich habe ich alles jetzt neu berüsten mach doch jetzt er nicht weg oh mir geht es so hart auf den Sack da werden alle Bordessen zusammengekriegen also beide nehmen keinen Fischer das ist wie beide nehmen keinen Fischer ach scheiße, das ist die bleibt doch jetzt mal da soll es da bleiben habe ich gesagt mach ich doch sammle menschliche Stöcker hier liegen keine Stöcker ich muss die kleinen Bäumchen abpacken ja hier sind keine kleinen Bäumchen ich weiß doch immer ein bisschen bis auf einen Fisch sind alle weg hä? ja kann doch irgendwas nicht richtig laufen ganz im Ernst ja ja aber wie willst du mit den Fischen sonst ich meine ich habe ja schon Dach und Wände außenrum also was willst du denn sonst noch bauen also da ist irgendwas ja ja so ein Geschützturm oder sowas gegen scheiß Vögel ne sie verhoppen nicht sobald wir ihn hängen, dann hoppen sie sie verhoppen nicht ja der ist einfach weg vor meinen Augen despawn ach der ist einfach despawn ja es fällt jetzt ein Baumstamm gibt es doch nicht also mit dem Fisch ist irgendwas faul ja schau hier haben wir so einen Drecksroller einen haben wir noch ja einer soll ich noch au so Calvin hol jetzt mal an die Stämme da jetzt jetzt fehlen mir noch 10 Stöcker dann muss ich gleich ja ich bin auf dem Weg das ist flüssige Batterie ja ok keine ahnung was das sein soll sieht aus wie Pappmann da dran ja der Calvin siehst du auch hier die Stämme fehlen noch dran was ist das jetzt und wieder durch das heißt das an Runden von da na Flüssigbatterie gut das gibt aber ordentlich da bist du mach den ganzen Tag Stämme nein Stämme nein Stämme vielleicht nicht mein Fisch ausfüllen warte mal hier noch Stöcker drin ne natürlich nicht hab ich schon mal ja ich nur ganz mit Morbus mal ein Spin glaube ich war es oder zwei ein oder zwei Streams waren das ja ähm ich fand es vielleicht mal so schlecht aber man sucht ja mehr alles andere aber da kamen ordentlich viele Updates ne ja also kommen ja immer noch Updates ja aber ne aber zum Gegensatz zu wo wir das letzte Mal gespielt haben bis jetzt da war es ordentlich ordentlich was dazu gekommen ich kann die Flasche nicht auffüllen ich kann die Flasche nicht auffüllen warum kann die Flasche nicht auffüllen hä 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 ich bin meine Flasche auffüllen hast du denn noch wasser gekocht oder hast du irgendwas oder 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 alles neues Projekt eigentlich hab ich uns entschieden jetzt erstmal so ein bisschen wie es heimzüglich ist gegeben also nicht schlimm ist das bisher erstmal nur weil ich hab bloß auch so ein paar Mal spielen momentan ich weiß nicht wer da überhaupt irgendjemand mitmachen wollen oder würde Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was für Spiegelchen. Beim ersten Mal wird es Kebab festmachen. Achso. Kebab. So, zwei Stücke noch. So, dann ist das Dach auch gleich fertig. So, ich häng jetzt noch mal drei Fische hin. Ich will das jetzt mal beobachten. Drei Fische sind weg. So, ich werde erstmal ganz kurz einmal verschwinden. Bis gleich. Bis gleich. So, die Falle ist fertig. So, hier ist Juni. Hey, hätte ich mir gedacht, wie viel sind wir? Oh, ich bin voll. Nein. Ich bin voll mit einer Haftbombe. Was? Vergolden. Ja, vergolden mal. Goldene Haftbombe. Ja, aber mein Gewehr. Achso, die Haftbombe,ó. Ne, ich bin kein Dei, Soll ich ihn holen. Soll ich mit den? Okay. Wenn ich nicht beläubgen, hab ich noch Lust. Ich will sie ja für une. Ach, die Gitarre? Geht die Gitarre vielleicht? Hab ich nicht. Achso. Aber mein Gewehr! Warte mal, das Gewehr geht! Was ist denn ein Gewehr? Ja. Ja warum geht das hier nicht mehr? Ist die Anzahl an Füßen begrenzt da mit ihm oder was? Die heilige Handhandel, also von Worms, genau. Ich kann da nix mehr hinbauen, Frosty. Wir haben Freunde von uns. Kann ich hier nix mehr hinbauen? Was ist das für eine Scheiße? Warum laufen wir eigentlich da? Wir sind doch hier. Und abgeschwissen. Schade. Warum haben sie... das sind aber so ein Schweißkopf-Naben. Die war... Was war denn das? Ich hab ne Handbombe an so'n Speyer gebraucht, äh... Ich hab ne Handbombe an den Hack und gleich noch auf den Südbombe an der... Die sind groß hier. Kann ich hier nicht mal in Ruhe meine... meinen... meinen... meinen Fleischbaum bauen, hier? Wenn man die Hackbombe an die sind, aber die sind schade. Weiß ich nicht. Ich hab zwei auf ihn gebrochen. Beide Ecken wird mir nicht passiert, ey. Immer nicht schön. Ja. Ich bin fein, aber besser. Ich baue hier meinen Fleischbaum in Ruhe und werde nur gestört. Oh, hier liegt ein Arm. Hallo. Ich kann halt nicht ein. Oh nein. Oh, das sind meine. Hey, das werden wir an hier. Ich hab geschwollst. Hier liegt ein Hase. Irgendwas schlippt mit Hasi nicht. Äh... Hier... Wo die Arme und Beine. Ja, beim Schmesser ausmachen. Warte mal, hier sind ja voll viel Würmer. Das ist ne Bombe, hab ich denn noch eine? Ja, ich will ja nicht waschen. Ich hab ja nicht waschen. Ich hab ja nicht waschen. Na, ich hab keine Bombe nicht waschen. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das mit der Haftbombe? Ich hab ne Handgranate geworfen. Unsere ganze Basis hat das gemacht da draußen. Ja, den Baum, ja. Ist ja mal richtig dumm. Wie konnte das passieren? Wie konnte das nichts? Ey, wie ist das denn? Was? Dann müssen wir. Oh Scheiße. Fuck. Das sollte gar nicht so sein. Nein, 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 nein. So, ich hab'n an, ja. Ja. Da hat der Morbus einfach mal den Baum welchen macht. Jetzt schwebt die Plattform da rum. So, wie machen wir das denn hier jetzt mal ganz los? Jaaaa. Aber ich bin ja von der Baum auf sich, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das genehmigen kann, wie die geschwebende Plattform fliege. Was machst du denn jetzt? Das ist ein Baum. Ach Scheiße. Hä? Weil da ein Baum ist. Nein, bei mir nicht. Hä? Bei mir ist echt ein Baum. Hä? Das ist einfach richtig dumm. Das schwebt auch. Bei mir ist es ein Baum. Vielen Dank, dass du da ab warst. Und ähm. Ähm. Ich schreibe heute über den Mord noch drei Süßkonten. Wie wir das machen, okay? Wie mag ich das denn jetzt hier? Schreiße. Ah, nein. Don't bef***. Ja, also ich... wäre immer noch von der Baum auf sich, ne? Aber das genehmig ist nicht so. Ohne Baum, das ist nicht so gefällig. Quatsch. Das muss so. Oh. Warum kann ich den Baum? So, was mit meinem Gewehr los? Kann man das eigentlich so machen? Da lang, da lang, da lang. Ist okay, wir hau rein. Schlag. Komm. Psst. Oh, die Rabot. Wir werden, was wir nicht benutzen. Das ist manchmal nicht verstehe, wenn du losrennen willst, dass er das nicht akzeptiert, dass du aufs Sprinten drückst. Ja, trotzdem langsam läuft. Bei mir. Warum, warum, warum? Das ist natürlich schon nicht. Da kommt uns das. 1, 2, 3, 4... Ach je, wir haben die auch nicht. Ne! Ich muss auch mal ein bisschen Fleisch hören. Ich bin doch jetzt im scheiß Baum, Alter. Alter, ich hab noch Shift gedrückt. 50-Shift. 50-Shift. Äh. Kann ich gut stehlen? Warum läufst du denn so langsam? Ich drück doch Shift, du Affe. Mist. Kön, Mann ist der Rest auch nicht schlecht, hä? Okay. Äh... Boah. Wollen wir mal schlafen? Kleinen Schweikrampf, Mann. Oster rüstlicher Baum? Nein! Nicht nirgeln. Auffall versorgen, ja. Wo ist es hin? Ein Reh beißt durch den Wald. Ja, aber warum? Hä? Das ist nicht veräppelt. Das ist schon blöd zum Schließen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich die Maus erhalten soll. Damit ich eher geholfen kann. In dieser Zeit wird bei mir nicht. Aber ich habe ja die Woche immer wieder angefangen mit Satisfactory. Ja. Habe ich auch letztens überlegt. Hatt ich auch schon kurz vorm Installieren. Eingesucht. Ja. Satisfactory ist auch ganz nett. Ja. 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 Da ist schon ein großer Problem. Jawohl. Weiter anfangen und halt besser ist, wie ich mich auf nahe anfangen. Bei C3 ist die erste. Wissen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.